Lagerhaus Werkzeug schauen. Schaust du cool aus? Hey Bazooka, wir gehen Eis kaufen. Gehst du mit? Ich tue es dir eine Weile auf den Tisch legen. Bazooka, wir gehen Werkzeug schauen und Eis kaufen. Gehst du nicht mit mit dem Monkey? Mit dem Scooby-Way? Nimm das los mit und kauf mir Eiscreme damit. Magst du nicht mitgehen ins Lagerhaus? Schau was sie wieder für ein Blödsinn kaufen. Also, dann geben wir schnell ein bisschen. Wie viel? Also, dann gehen wir jetzt ins Lagerhaus und kaufen dem Kleiner einen schönen Helm. Und da der Kleiner... Scheiße, wo ist denn der Autoschlüssel wieder? Ich weiß doch, wie gern du das Scooby-Way fährst. Also Leute, los geht's! Habt ihr das gehört von dem undankbaren Hund? Alpha ist es halt keiner. Aber mein Bus hat im Gegensatz zu seinem Giulia, um 50.000 Euro fast, eine Rückfahrkamera. Was schon natürlich saupraktisch ist. Aber, gut, der VW-Bus kostet doch mehr als 50. Kasko. Aber er ist ja nur jung und hat einen Teil Kasko. Und er sagt, jetzt, wenn er hinten anbatscht, ist es schon bezahlt. Mit einem gewissen Selbstbehalt. Also Leute, auf geht's ins Lagerhaus. Der Sound erregt mich total geil, ne? Du, schöne Haare, du. Ja, genau. Der Sound. Der Paget ist gut da. Sonst lässt du nur vom Adi mit Swissfax behandeln oder mit irgendeinem anderen wachst. Du wachst immer richtig wachst. Du wachst halt auch bei euch, aber du wachst halt so ein paar hinunter waschen. Es tut der. Wie gut ist das? Ja, geile Rupelstrecke, ne? Der, Fötflasch! Das kann ich schon. Der da und der da, oder? So, wie? Stimmt, oder? Ja. Wie geht das zu? Mhm. Ich glaube, wenn man so verstrengt und damit geht. Ach so. Und meine? Die ist schon voll. Hä? Ob er auf Seite, auf Seite. Meine ist voll, oder? Die ist voll. Was ist voll. Die ist voll. Auf Seite. Das ist voll. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020